Mubarak und nach dem Muhtammer Mr. Kouran, wir wollen Mohamed El-Bazli zeigen, die Räkame für Mubarak. Wir haben da nicht so optimal gespielt und nach der zweiten Halbzeit war es besser. Wir waren in der ersten Halbzeit noch zu hektisch, mit zu vielen Ballverlusten, zu viel Hektik und zu wenige Kombinationen. Das war in der zweiten Halbzeit dann besser. Mit den Toren ist dann eh dann noch ein bisschen mehr Sicherheit dazugekommen und schlussendlich sich verdient der Sied. Wir haben die Gespräche, die wir in der ersten Halbzeit haben, und wir haben die Möglichkeit, die Ausgleichung zu können. Aber wir haben uns nicht auf den Hauptsache gewonnen. Wir haben die Ausgleichung zu machen, aber wir haben die Ausgleichung zu machen. Und dann haben wir uns nicht auf die Ausgleichung zu machen und wir haben die Ausgleichung zu machen. Wir haben eine Ausgleichung zu machen und wir haben die Ausgleichung zu machen, die Ausgleichung zu machen. Wir sind eine Ein diagnoseder perception vom Anderen, indexB Poll. Wir haben die 성공er Bar Dash. Wir haben natürlich vor den Rät disaster auf die Ausgleichung zu machen. Wir hatten die kaügung aussehoe لل 01. Das ist heute zu hören, wir hatten die Verteidigung durch die Ausgleichung zu machen,chlagen. Wir haben gesehen, dass in der ersten Halbzeit die Harmonie zwischen den Spielern gefehlt hat. Warum hat die Harmonie gefehlt? Gut in Kombination zwischen den Spielern in der ersten Halbzeit. Es ist natürlich auch immer schwierig. Wir haben jetzt nur zwei Tage zusammen trainiert. Die Nationalspiele sind zurückgekommen. Es ist immer schwer. Das war auch in meinen vergangenen Vereinen. Wenn die Nationalspiele zurückkommen, von überall her. Das erste Spiel braucht einfach wieder Rhythmus. Es braucht wieder Anpassung aneinander. Das war in der ersten Halbzeit. Da haben wir noch zu wenig präzise kombiniert. Das haben wir in der Pause angesprochen. Dann war es sicher in der zweiten Halbzeit besser. Dann haben wir uns gelassen in der ersten Halbzeit. Wenn wir Menschen accumulate mitzüren haben, wenn wir Menschen aus müssten, die Luft nicht im Raum zu leben. Das ist auch nicht möglich. Das stimmt, wie viel Zeit Founders? Die große Hauptstadttritt wird. Wenn man das Wasser Geld hat, bis man in der ersten Halbzeit in der Basis gebracht hat, dann wird man das Herz getahuert. Das war einzony, weil wir uns das Gericht verhindern. Du erinnerst nämlich auf uns mitzüren, einen neuen Halbzeit der Lage in der Bäume Snowflöge. Ich gratuliere natürlich dann als erstes für den Sieg und die drei Punkte. Das Positiv, was wir heute gesehen haben, dass Herr Koller dann früh, wie wir immer von ihm erwarten, dann früh ausgewechselt hat. Das war positiv. Jetzt der negative Punkt ist, dass Erdogan so viele Chancen vergibt, immer wieder. Wir haben ja 3-0 gewonnen, das ist auch gut, aber wir haben in der ersten Halbzeit so viele Chancen vergeben und das Ergebnis hätte dann viel besser gewesen sein können. Ja, das ist auch nichts Neues, wir haben in den letzten Jahren auch in der Meisterschaft am meisten Tore erzielt und wir haben aber auch am meisten Chancen vergeben, also zusätzlich. Kann man vielleicht auch anhand der Plätze, also der Platz hier ist natürlich nicht gleich wie der im Kerlstadion, also das sind schon Unterschiede auch. Und dementsprechend ist das natürlich auch schwierig für die Spieler. Dass wenn der Ball dann plötzlich aufspringt vor dir, weil der Platz nicht eben ist und das sind halt Kleinigkeiten, die hier noch dazukommen, aber die ist für die Spieler schwierig. Ja. 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 Vielen Dank. Ich gratuliere für den Sieg, Salah Mohsin hat heute ein wichtiges Tor geschossen für Ali. Schönes Auge. Wie sehen Sie Salah Mohsin nach der Verletzung von Toni? Ist er der Stürmer für Ali? Ja, als wir angefangen haben, waren zwei oder drei Trainingseinheiten mit dabei und dann ist er weg. Cermica hat sich da verletzt und dann hat er da eigentlich gut gespielt. Wir haben ihn zurückgeholt und es ist hier natürlich schon wieder oder nochmals ein bisschen anders als bei anderen Vereinen. Und er muss sich halt auch noch ein bisschen anpassen. Er hat vom System, von der Taktik her, natürlich auch von seiner Fitness her, da hat er natürlich auch jetzt in dieser Zeit daran gearbeitet. Und ich freue mich, dass er heute damit dieser einen Mechsl noch ein Tor schießen konnte. Und es war ein sehr schön herausgespieltes Tor. Und ich hoffe, dass er noch mehr von dem bringen kann. Ja, vielen Dank. 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 Achso, Ja, vielen Dank. Aber wie heißt es, wir müssen anfangen zu machen? Ab wenn es von daher hinkiellen, durch zu einer Strukturk Kerlin ist nicht nur für die Reihe ein ruled, nicht nur zu künftig, es ist sehr sehr klar für ein Miamigewinn. Wie wie auch hinter die Taten, in dieser Stelle nicht ganz einfach was, was erhalten würde? Und diese Taten vermuten, sind auch gewöhnen, der in immobilien Welch confianse. Der fr пров discouraged' mit einem Spiel oder Inna zehn Tausisure pure. Wir bestehen, dass wir sehen, dass wir während Taten wieder eine kleine Reihe fühlen. Also das kommt von allein und dass Sie werden gewinnen, weil Sie alles schon erreicht haben. Sehen Sie das auch so? Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Und das ist natürlich schon so, wenn man im letzten Jahr fast alles gewonnen hat oder fünf Titel geholt hat, dass man dann als junger Mensch auch, wenn man nicht diese Erfahrung gemacht hat, dass man dann denkt, okay, wir sind ja die Besten und es kann nichts passieren. Und ich bin da natürlich schon auch am dagegen arbeiten, dass das nicht passiert, dass wir von unserer Seite gegen uns, wie auch Champions League Siege, da will jeder gewinnen. Da gibt jeder mehr als vielleicht gegen eine andere Mannschaft. Und das habe ich heute den Spielern auch gesagt. Und darum ist wichtig, dass wir, jeder Einzelne von sich aus, mehr geben muss, auch wieder. Und wieder alles reinhängen und dann haben wir auch die Qualität, um dann die Spiele gewinnen zu können. Wie haben Sie sich jetzt gemacht? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.